Herzlich willkommen zu einem weiteren Juicy Fields Update Video. Ich habe heute zwei Informationsstücke, die ich mit euch teilen möchte. Das eine ist eine E-Mail von Juicy Fields, vom Support, die ihr hier seht, und das andere ist eine Petition. Beide haben einen relativ unterschiedlichen Ton und gehen in unterschiedliche Richtungen. Ich möchte beide mit euch teilen und ihr könnt euch dann natürlich eure eigene Meinung bilden. Also diese E-Mail hier kam vor elf Stunden, also im Prinzip letzte Nacht irgendwann. Sie kommt vom Support von Juicy Fields und hat die Überschrift The Phoenix Must Burn to Emerge. Naja, ihr kennt alle die Legende vom Phönix, der erst verbrennt und dann aus der Asche Neuer steht. Und genauso soll es wohl auch mit Juicy Fields sein. Ich versuche die E-Mail so ein bisschen zusammenzufassen, den Text. Also der Anfang hier ist so ein bisschen eine etwas pathetische Anlehnung an Boxen und Rocky, der sich auch aus ausweglosen Situationen wieder rausgekämpft hat. Genauso soll es wohl mit Juicy Fields laufen. Was hier beschrieben wird, ist ein Recovery Plan. Also ein Wiederaufbauplan, der wohl vom ehemaligen CEO, wenn ich das richtig verstehe, also Willem, und einem Team an Anwälten erarbeitet wurde. Was ich ganz interessant finde, weil ich eigentlich dachte, dass der ehemalige CEO komplett raus war, scheint aber noch nicht so zu sein. Hier wird von insgesamt vier verschiedenen Tranchen von Geld gesprochen. Also eine erste Tranche von 2,7 Millionen Euro, die mehr oder weniger unmittelbar zur Verfügung stehen soll und die dafür verwendet werden soll, 280.000 Pflanzen zu kaufen und Programmierer, also Informatik-Spezialisten, zu bezahlen, um die neue Plattform, die im September gelauncht werden soll, herzustellen. Dann soll es eine zweite Tranche geben in der Größe von 2,8 Millionen, die in vier Wochen zur Verfügung stehen soll und die soll verwendet werden für eine zweite Runde von Cannabis-Pflanzen und für Marketing. Und dann soll es eine dritte Runde geben, dritte Tranche, 2,5 Millionen. Hier geht es auch nochmal um die Cannabis-Pflanzen, die sollen überwacht werden mit Kameras und so weiter, vielleicht nicht so wichtig. Und dann die vierte Tranche, die in einem Jahr zur Verfügung stehen soll für alles, was operational ist, also im Prinzip fortlaufende Aktivitäten der Firma. Hier ist es auch grafisch nochmal ganz grob dargestellt. Das kommt dann zu einem kompletten Budget von 11 Millionen und diese 11 Millionen kommen wohl, wenn das stimmt, als Kredit von den Gründern und sollen durch die Profite, die die Plattform machen soll, zurückbezahlt werden sollen. Wenn ich das richtig verstehe, kommt das also nicht von einer Bank, sondern von den Gründern selber. Hier wäre es natürlich jetzt super gewesen, wenn man Namen hätte. Wer sind die Founders? Wer sind die Gründer? Hier ein paar Namen zu nennen, hätte sicherlich geholfen und hätte auch vertrauensbildend gewirkt. Und ja, dann kommt hier halt so die Annahme, dass innerhalb dieser zwölf Monate, die da genannt werden, die initial investierten 11 Millionen in 100 Millionen Einkommen transformiert werden sollen, durch die Pflanzen, die Blumen, daraus abgeleitete Derivate und so weiter. Das ist natürlich eine Verzehnfachung in einem Jahr, klingt für mich wahnsinnig sportlich. Würde mich freuen, wenn das funktioniert. Genau, und dann ist noch das Letzte, was eigentlich vielleicht wichtig ist, dass hier nochmal der Aufruf ist für alle, die in einer wirklich schlechten Situation sind, aufgrund der Juicy Fields Problematik, dass sie sich an diese E-Mail hier wenden können sollen, mit ihren Beschwerden, mit ihren Problemen, inwiefern ihnen dann da geholfen werden kann. Oder ob dann überhaupt irgendwas passiert, ist komplett unklar. Ich weiß auch nicht, ob ich das tatsächlich machen würde. Aber ich möchte euch die Informationen geben. Genau, und dann ist das Ganze wieder unterschrieben mit den Juicy Fields Mitgliedern des Rettungsteams. Nochmal, schön wäre es gewesen, Namen zu haben. Es hätte wirklich vertrauensbildend gewirkt. Aber okay, das sind die Informationen, die wir jetzt hier haben. Das ist zumindest mal irgendeine Information. Hoffen wir, dass das Ganze stimmt und dass es wirklich zu etwas Gutem führt. Die zweite Information, die ich mit euch teilen möchte, ist eine Petition, die ich auf Telegram gesehen habe. Die wird wohl von diesen beiden Herren hier federführend vorangetrieben. Also ihr könnt den wahrscheinlich auf Telegram auch einfach schreiben. Hier sind ja die Telegram-Namen. Und ja, im Prinzip wird in dieser Petition dazu aufgerufen, eben aufgerufen, dazu an dieser Petition teilzunehmen und sie an die BaFin zu übermitteln, um von der Juicy Fields Problematik, um die Juicy Fields Problematik bei der BaFin bekannt zu machen oder weiter bekannt zu machen und sie wirklich dann dahin zu pushen, wirklich aktiv zu werden und etwas zu tun. Sie sagen ganz klar, so eine Petition ersetzt natürlich keine Anzeige, aber sie soll dazu dienen, Druck zu machen und Aktivität bei der BaFin zu fördern. Ich glaube, die dem Ganzen zugrunde liegende Befürchtung ist so ein bisschen, dass das Ganze im Sande verläuft, dass die BaFin und die Behörden letztendlich einfach gar nichts machen und dass diejenigen, die hinter Juicy Fields stehen und wie diese Petitionsschreiber davon ausgehen, einen Betrug begangen haben, komplett straffal davon kommen. Man muss diese Meinung nicht teilen. Ihr wisst ja aus meinen vorherigen Videos, dass ich nicht so skeptisch bin, was Juicy Fields angeht, aber wie gesagt, ich möchte das mit euch teilen und wenn ihr an dieser Petition teilnehmen möchtet, findet ihr das in den Juicy Fields Gruppen auf Telegram. Ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben und dann leite ich euch die Informationen weiter. Hier ist auch nochmal die entsprechende Telegram-Gruppe genannt, Juicy Fields Petition, hier ist der Link zu der Petition und ja, das ist es glaube ich auch schon dazu. Ich hoffe, ihr fandet das heute informativ. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht es, dann verpasst ihr keine Juicy Fields Updates. Ich bin da wirklich so gut dran, wie ich kann und das war's für heute. Vielen Dank. Ciao.